Wer meinen Kanal schon vor 2018 kannte, erinnert sich vielleicht an die Warframe-Videos, die ich früher gemacht habe. Diese Zeiten sind lange vorbei, aber ich habe selten darüber gesprochen, wieso. Und auch nach dem Wechsel weg von Warframe stand ich vor der Frage, über welches Spiel ich nun Videos machen möchte. Lange Zeit war Star Trek Online, welches ich zu der Zeit ebenfalls viel spielte, ein starker Kandidat, aber stattdessen entschied ich mich für ein Spiel, das meine Kindheit prägte. Der Rest ist Geschichte. Ich habe laut Steam über 4.500 Stunden in Warframe und weitere knapp 5.000 in Star Trek Online. Wenn ich diese Spiele nicht vor vier Jahren runtergeworfen hätte, wären es sicher viel mehr geworden, auch wenn da viel AFK-Zeit drin sein dürfte. Aber auch wenn ich manchmal neugierig bin, wie sich die Storys dieser Spiele weiterentwickelt haben, gerade wenn Digital Extremes für Warframe so Banger wie Sleeping in the Cold Below raushaut, beschwert euch ruhig über den Ohrwurm, erinnere ich mich auch an die Gründe, wieso ich hier einen Schlussstrich ziehen musste. Und auch wenn meine Warframe-Zeit in der Oberschufe begann und praktisch mit meiner Ausbildung endete, ist das hier nicht wirklich eine Gaming-macht-keinen-Spaß-mehr-weil-ich-erwachsen-wurde-Story, wie sie so viele Videos füllt. Im Gegenteil. Was Warframe betrifft, gibt es genug Probleme, die ich mit dem Spiel habe, um ein eigenes Video zu füllen. Von angefangenen und nicht beendeten Plotlines, bis zu unausgreiften und anschließend vernachlässigten Spielmechaniken. Aber darum geht es weniger. Es geht um den allgemeinen Aufbau dieser Spiele. Diese Spiele wollen, dass ihr euch am besten jeden Tag einloggt, jederzeit für Events zur Verfügung steht und euch damit abfindet, stundenlang selbst den langweiligsten Content zu grinden, begrenzen aber gleichzeitig auch gerne den Fortschritt, den ihr in einem bestimmten Zeitraum erreichen könnt. Tägliche Quests und Bonusbelohnungen auf der einen Seite, Progression Caps auf der anderen. Ein Spiel, das davon profitiert, dass die Spieler über längere Zeiträume keinen Spaß haben, sogar Geld ausgeben wollen, damit sie weniger spielen müssen, steckt mindestens in einem Interessenkonflikt. Spielspaß ist hier ein Nebenprodukt, aber nicht das eigentliche Ziel der Entwickler. Es soll nur reichen, dass ihr bis zur nächsten Belohnung weiterspielt. Unter diesen Bedingungen könnt ihr euch nicht darauf verlassen, dass ein Spiel sinnvoll designt und balanciert wird. Wenn es Rohstoffbooster gibt, muss das reguläre Rohstoffeinkommen bewusst zu niedrig angesetzt werden, damit die Booster einen Wert haben. Als Jugendlicher hat man in der Regel weit mehr Zeit als Geld zur Verfügung, was diesen Spielen eine gewisse Nische gibt. Und ich habe nichts dagegen, auf Free-to-Play-Spielen ein wenig mehr an Problemen zu verzeihen, wenn der Rest stimmt. Aber Warframe ist hier noch ein gutes Beispiel. Star Trek Online verlangt routinemäßig ungerechnet ca. 30 Euro für ein neues Schiff, fällt aber technisch an allen Ecken und Enden auseinander und wird praktisch nur von Hoffnungen und Träumen zusammengehalten. Das Einzige, wo einigermaßen Mühe reinfließt, ist der Lootbox-Content. Und um das einmal in aller Deutlichkeit zu sagen, wenn euer Spiel in irgendeiner Form Lootboxen für echtes Geld enthält, sollte es sich den gleichen Gesetzen wie Casinos und Spielehallen beugen müssen. Glücksspiel ist ein Laster, von dem wir uns als Gesellschaft aus gutem Grund darauf verständigt haben, dass es Minderjährigen nicht zugänglich sein sollte. Ich möchte euch etwas zeigen. Star Trek Online hat die Möglichkeit, Ingame-Währung mit anderen Spielern gegen Premium-Währung zu tauschen. Das führte zur Erstellung dieses Monsters, einer Tabellenkalkulation, und auch wenn es schon Spaß gemacht hat, all diese Sachen durchzurechnen, legt es das Problem offen. Wenn man nicht regelmäßig mindestens dreistellige Summen in dieses Spiel stecken und trotzdem Fortschritt haben will, wird dieses Spiel zu einem zweiten Job. Ich nannte gerade den Listenpreis von 30 Euro bzw. 3000 Cent für ein Schiff. Jeder Charakter kann 8000 Dilizium pro Tag veredeln und erst dann ist diese Währung auch nutzbar. Der Wechselkurs von Dilizium zur Premium-Währung schwankt von 25 zu 1 bis 500 zu 1, wobei die Entwickler den natürlich hochhalten wollen. Seien wir mal großzügig und rechnen mit 300 zu 1. Das sind pro Tag und Charakter knapp 27 Zen. Wir brauchen also mit einem Charakter fast vier Monate, wenn wir kein Dilizium für seine vielen anderen Ingame-Zwecke ausgeben. Natürlich können wir mehrere Charaktere haben, aber das bedeutet natürlich auch, mehr Dailies zu rotieren. Wenn man das mal auf den aktuellen deutschen Mindestlohn überträgt, reden wir hier im Vergleich von knapp zweieinhalb Stunden Lohnarbeit, wenn auch ohne Steuern. Klingt vielleicht überschaubar, aber das ist nur das Beispiel für ein Schiff mit einem festen Preis ohne Umwege. Schiffe mit separater Flottenversion sind schon wieder komplizierter. Und wenn wir Lootbox-Items direkt von der Quelle haben und nicht von einem anderen Spieler kaufen wollen, der diese Items ja auch irgendwie erwerben musste, können wir diese Berechnung gar nicht durchführen, weil das hier fucking Glücksspiel ist. Wisst ihr, wenn das Spiel sonst in einem guten Zustand wäre und man wüsste, dass diese Einnahmen wieder in das Spiel reinvestiert werden, um guten Inhalt zu bieten und Probleme zeitnah zu beheben, könnte ich für mich mit einem solchen Arrangement leben und vielleicht sogar mit einem guten gewissen Videos zu diesem Spiel machen. Aber das ist einerseits nicht das, was wir kriegen und andererseits, dafür gibt es Abo-Modelle. Es gab sogar eine Zeit, in der ich auf Reddit eine eigene Liste an Bugs geführt habe, um so Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Mir wurden in dieser Zeit immer wieder Bugs von Spielern gemeldet, von denen ich trotz jahrelanger Spielzeit nichts wusste, weil ich entweder selbst mit diesen Elementen interagiert oder jahrelang nie gesehen habe, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Je näher ich dem Ende meiner Ausbildung kam, angefangen hatte zu arbeiten und eigenes Geld zu verdienen, umso mehr bekam ich ein Gefühl dafür, was meine Zeit eigentlich wert ist. Rückwirkend betrachtet fühlt sich diese Zeit wie eine toxische Beziehung mit einem Partner an, der will, dass man keine anderen Freunde oder Hobbys hat. Diese Spiele wollen alle das einzige Spiel sein, das du spielst. Natürlich kann man auch eine toxische Beziehung vermissen, aber selbst wenn ich diese Spiele wieder installieren würde, gäbe es Lücken, die ich niemals aufholen kann und die auch niemand aufholen könnte, der jetzt frisch anfängt. Leider sickern diese Elemente auch in viele AAA-Produktionen. Wieso braucht Assassin's Creed Erfahrungsbooster? Wieso verkaufte Deus Ex Mankind Divided Praxis Kits? Die Reliktal-Booster und Grenzstein-Skins im Neuen Siedler sind direkt zu einem Meme verkommen. Auch Mass Effect Andromeda verschwindete wertvolle Entwicklungszeit mit einem schlecht integrierten Crafting-System, nur um sagen zu können, dass sie ein Crafting-System haben. Es ist kein Zufall, dass mein Pile of Shame weniger als eine Handvoll große Produktionen wie The Witcher oder Elden Ring enthält. Wo wir schon beim Thema Pile of Shame oder Backlog sind, das führt mich zu meiner vielleicht wichtigsten Aussage in diesem Video. Wir sind auf diese Spiele nicht angewiesen. Das hier ist ein Teil meines Pile of Shame und das sind nur die Spiele, die ich bereits besitze und einfach noch nicht gespielt habe. Das hier enthält weder Mods noch die aktuell 157 Spiele auf meiner Steam-Wishlist, die bestimmt noch wachsen wird, wenn ich mir Adam Bellards neuestes Video mit den Spiele-Empfehlungen für 2023 ansehe. Es gibt so viele hervorragende Spiele da draußen, klein und groß, in jedem Genre, dass sie es uns nicht nur leisten können, von Spielen zu erwarten, dass sie unsere Zeit und unser Geld respektieren. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wir das müssen. Ich habe jedenfalls für mich entschieden, dass ich das tun muss, wenn ich in meiner Freizeit gut unterhalten werden will. Und das halte ich nicht nur für nicht zu viel verlangt, das sollte niemand für zu viel verlangt halten. Wenn ihr bis hier gekommen und Freunde guter Spiele unabhängig von deren Alter seid, werdet ihr auf meinem Kanal vielleicht fündig. Da wäre zum Beispiel das eine Mal, als ich die Dark Souls-Trilogie als Undine aus Undertale durchgespielt habe. Oder das Dardew Valley Perfection Run, den ihr auf dem Watt-Kanal findet. Aktuell arbeite ich an einer ausführlichen Review zu Das Erbe der Könige und in naher Zukunft möchte ich auch die Create-Mod für Minecraft ausprobieren. Wenn euch das interessiert, behaltet den Kanal unbedingt im Auge.